Mit seinem Verein dieses schöne, wunderbare Kaufest ausgerichtet hat. Und wir freuen uns, den kranken Kameraten aus Bayern, dass wir bei euch sein können. So, lieber Norbert, wir haben dir eigentlich heute durchgebracht, dass deine Vereinnature, deine Kameraten, von uns werden. Einmal einen schönen Ruf vom Oktoberfest. Und einmal. Und zum anderen, wir haben eine Kaffee von unserem Bauernhans, der hat es extrem toll für euch, wo alle unsere Kameraten, die dabei sind, draufstehen. Rüben, aber gut, ich komme ganz oft weiter hin, ich danke euch fürs große Gärten. Vielen Dank und übrigens, dass wir bei Ihnen dabei sind. Danke. 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 Danke.